Ich spiele, mache ich Radio an und höre eine schöne Sendung. Es gibt viele schöne Sendungen, die teilweise auch Wiederholungen sind. Warum soll sich nicht etwas wiederholen, was schon mal gewesen ist, was schön ist? Zum Beispiel eine schöne Frisur. Ihr merkt schon, ich weiß nicht mehr weiter, wir haben genau alles gespielt, was wir jetzt können oder konnten. Aber wir wollen weitergehen. Jazz ist auch Improvisation und ich möchte euch ein bisschen Free Jazz zeigen. Jazz ist auch Improvisation und ich möchte euch ein bisschen mehr machen. Jazz ist auch Improvisation und ich möchte euch ein bisschen mehr machen. Jazz ist auch Improvisation und ich möchte euch ein bisschen mehr machen. Jazz ist auch Improvisation. Musik 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 Musik